Ein Song, der sich Kraft des Lutzentrios konkret dreht, die Person des rechtspopulistischen, sogenannten Volksrockenholers, Andreas Gabalier, richtet. In wie wunderbarer Stimmung schnürte ich die Wanderschuhe, eines Tags zur Bergerklemmung und stieg auf die Gipfel zu, wo wie die Impressionisten unter meinen Arm geklemmt, Staffelei und Farbenkisten, ich im rot karierten Hemd mit präzisem Augenmerke mich im Schatten grüner Tannen. Daran machte Meisterwerke, in die Keilrahmen zu bannen. In... und... in... wie! Auf den Besten, ohne Kreuze, wo nach Kürze kämpft, wenn er kennt, sind die Beine, wenn er strömt. In wie wunderbaren Zügen, sog ich auf der Butter Alm, Dicke Milch aus groben Krügen, lustig schlürfend durch den Halm. Und wie weckte mir das reine Bergwachwasser alle Zellen, als ich meine schweren Beine tunkte in die kalte Quell. Wie wund, wo sie gratis schmäler, klare Stöhnen, jedes Tönen, von der Ziller, taler Täler, kleinen Töchtern, kleinen Söhnen, und in... wie! Wunderbar! 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 Danke schön!